Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ah, der Neue ist schon da. Ab heute gibt es wieder neue Folgen der Höhle der Löwen bei Vox und bei TVNOW. Nico Rosberg hat jetzt nämlich umgesattelt und ist nicht mehr Formel-1-Fahrer, sondern Investor. Wie fühlt sich das an? Klasse. Gestern war schon die erste Ausstrahlung, so hier im kleinen Kreis. Und voll cool. Also echt eine tolle Herausforderung gewesen und macht Spaß. Und natürlich auch eine steile Lernkurve, aber sehr spannend. Was reizt dich denn an der Aufgabe, Löwe zu sein? Mich reizt sehr, diese Gründer kennenzulernen und diese ganzen Startups auch zu entdecken, die ich so nirgendwo anders vielleicht finden würde. Und da sind ja Ideen, die dabei rauskommen. Das ist ja mit Begeisterung nicht mehr zu toppen. Und auch, was diese Ideen dann für einen positiven Beitrag leisten werden. Und darum geht es mir hier auch als Investor, in die Nachhaltigkeit rein zu investieren. Das ist faszinierend und das macht dann den Reiz und die Sendung auch aus. Ganz neu bist du als Investor aber nicht, oder? Ich bin jetzt seit vielen Jahren schon in der Mobilitätsbranche unterwegs als Investor. Und wir haben jetzt auch schon mehr als 20 Mobilitäts-Startups im Portfolio. Also das ist so mein Kern. Und gerade jetzt in die neue Mobilität der Zukunft, Elektromobilität, die nachhaltigere Mobilität. Und da komme ich halt her und jetzt muss ich meinen Horizont erweitern für die Sendung, für die Höhle der Löwen. Und das ist auch klasse, gerade jetzt neue Sektoren auch zu entdecken, wie Food als Beispiel. Food hat mir schon immer gelegen, weil ich auch sehr großen Wert darauf gelegt habe als Sportler. Total gesund, mich zu ernähren für die ultimative Performance. Und jetzt finde ich das wieder in die Höhle der Löwen. So gesunde Food-Startups, die sich auch mit der Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das ist schon klasse. Also Mobilität und Essen, das geht gut bei dir, abgesehen davon? Es geht mir immer darum, dass ein Problem gelöst wird, gerade um großen positiven Beitrag zu leisten. Das ist für mich wichtig. Und wenn das gegeben ist, dann interessiert es mich. Also der Sektor ist dann eigentlich egal. Nico Rosberg, Formel-1-Weltmeister, jetzt Investor. Was kannst du besser? Naja, noch bessere Formel-1-Fahrer, das ist klar. Weil ich da viel mehr Zeit verbracht hatte und viel mehr Erfahrung hatte. Nichtsdestotrotz als Investor versuche ich auch Quantensprünge zu machen. Und gerade auch die Höhle der Löwen ist natürlich auch eine Chance für mich. Weil natürlich habe ich neben mir Leute, die unglaublich viel Erfahrung haben. Ein Carsten Maschmeyer zum Beispiel oder Ralf Dümmel. Und da kann man sich auch immer wieder ein paar Sachen abgucken. Und eine Sache ist klar, lernen tue ich schnell. Ja, und wenn es nicht klappt, dann kannst du ja vielleicht einfach wieder Formel-1-Rennen fahren. Wäre das überhaupt möglich? Also ins Auto steigen und direkt wieder Rennen fahren? Hülkenberg ist ja gerade wieder eingestiegen nach acht Monaten Pause und hat das sensationell gemacht. Aber zwischen acht Monaten und drei Jahren ist nochmal ein großer Unterschied. Also ich würde mich heute sehr, sehr schwer tun. Viel mehr sogar noch auf der physischen Seite. Die Unterarme, der Hals, der würde bei mir keine drei Runden halten. Das erfordert ja eine unglaubliche Vorbereitung, um damit klarzukommen. Also da wäre schon mal das erste Problem. Und dann auch die ganze Reaktionsgeschwindigkeit und so, das habe ich jetzt einfach nicht mehr drauf. Aber ich weiß es ja nicht. Ich habe es nicht probiert. Aber ich denke mal, dass es nicht einfach wäre. Dann schauen wir mal, wie es läuft als Investor bei Die Höhle der Löwen. Welche Art Löwe wirst du sein? Also prinzipiell bin ich schon der entspannte, ich würde mal sagen, der entspannte Wettkämpfer. Aber natürlich, Duelle finde ich dann klasse. Und ich möchte dann halt auch schon gewinnen. Das ist ein Problem, weil Verlieren ist nicht so mein Ding. Da tue ich mir dann schwer. Das werdet ihr dann auch in der Sendung sehen, dass Verlieren schwierig ist. Aber auch da muss ich mich dann steigern und versuchen, die Dinge zu gewinnen. Aber es gab auch ein paar tolle Siege. Das klingt schon nach einer kleinen Kampfansage. Okay, verrate doch mal kurz, womit wirst du den anderen, den erfahrenen Löwen, gefährlich? Ich bringe halt meine eigenen Stärken mit. Erstmal bin ich, natürlich vertrete ich hier die Jugend, im Gegenteil zu vielen anderen. Dann, klar, Internationalisierung auch, Netzwerk international, diese Reichweite, die ich dann habe. Und dann natürlich auch Expertise im ganzen Bereich des Influencer-Marketing, wo ich alltäglich unterwegs bin. Also diese ganzen Social-Media-Marketing, wo ich auch einige Firmen jetzt teils besitze. Das ist auch eine große Stärke dann von mir. Und mein ganzes Support-Team dann auch. Wir können da enorm helfen, den Start-ups, wo wir dann investieren. Und da versuche ich, meine Stärken dann auszuspielen. Und natürlich, gerade bin ich natürlich auch zu Hause in der Mobilität letztendlich. Und was immer dann in der Nähe der Mobilität ist, da kann ich direkt unglaublich auch unterstützen mit dem ganzen Netzwerk, wo ich ja alle kenne. Nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Also das ist dann schon ein großes Asset, was ich auch versuche dann, denen zur Verfügung zu stellen. Das ist ganz wichtig. Sagt Nico Rosberg bei Fufis. Er ist der neue Investor bei Die Höhle der Löwen. Er ist jung und gefährlich, sagt er. Ab heute Abend mit neuen Folgen zu sehen bei TVNOW und bei Vox.